Saalbach Hinterklemm in Österreich ist eines der beliebtesten Skigebiete in Österreich. Besonders beliebt bei den Holländern und den Deutschen. Sie loben die Qualität des Schnees und die Qualität der Hänge. Wir haben uns einfach mal auf den Weg gemacht, wer dazu beiträgt, dass dieses Lob rüberkommt. Es sind die Pistenraupenfahrer, die ab 17 Uhr die Hänge neu präparieren. Ohne diese Menschen wäre es kaum möglich, sichere Hänge und sichere Abfahrten hier in Saalbach Hinterklemm zu garantieren. Es sind auch die Menschen, die kaum ein Danke hören, aber die auch kaum bei den Skifahren bekannt sind. Wir haben uns mit Rene einfach mal auf den Weg gemacht, mit seiner Pistenraupe, um zu sehen, welche Arbeit hinter diesem Job des Pistenraupenfahrers eigentlich steht. Es ist Erfahrung und Können, dieses schwere Gerät an den Hängen so zu steuern, damit die Hänge auch für den kommenden Tag für die Skifahrer wieder ein totales Skierlebnis garantieren. Rene fährt souverän mit seinem großen computergesteuerten Pistenraupengerät mit mir über alle die Hänge, die aufgewühlt wurden von den Urlaubern, die am Tag hier waren. Kein Problem, er schafft es. Für mich ist es klar, mit dem richtigen Pistenraupengerät können natürlich die Hänge hervorragend wieder präpariert werden. Und so verstehe ich auch das Lob der Holländer und der Deutschen über die Hänge hier in Saalbach Hinterklemm. Und danach kam man wieder gedroht zum Après-Ski. Denn, das habe ich jetzt auch erfahren, mit gut präparierten Hängen vermindert man die Unfallgefahr auf den Pisten. Also, das war ich jetzt.